Ja, genau. Genau das meine ich. Sie ist einfach viel zu schlecht. Ich weiß nicht, ob wir das einfach so sagen können oder... Hey, Moment bitte. Was kann ich für dich tun? Oh, okay. Jetzt ein Termin sofort. Geht das vielleicht auch in 5 Stunden? Ich wollte noch gerne vor meine Schichten Kaffee trinken und vielleicht eine Serie schauen. Jetzt. Okay. Ich rufe dich später nochmal an, okay? Gut. Ciao, ciao. Also. Was darf es denn sein für dich? Ein Haarschnitt, okay. Etwas Aufwendiges oder nur Spitzenschneiden? Spitzenschneiden, okay. Das sollte ich nur hinkriegen, weil meine Kollegin ist momentan nicht da und ja, eigentlich macht sie immer Spitzenschneid, aber das sollte ich doch auch hinkriegen, oder? Genau. Kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Du bist hier in guten Händen aufgehoben. Sehr schön. Gut. Ähm, wie ich sehe, du hast deine Haare noch nicht gewaschen heute. Das ist gut. Ähm, ja. Das ist gut. Ich würde vorschlagen, ich sprühe da einfach ein bisschen Trockenshampoo drauf, weil, ähm, ja, jetzt rede ich zu waschen. Ich glaube, das würde einfach viel zu lange dauern und Trockenshampoo tut es auch. Also, sechs in eins. Guck mal. Reinigungseffekt, langanhaltende Frische, Volumenkick und beschwertes Haar, Hitzeschutz, UV-Felde. Also, würdest du überhaupt noch Haare waschen eigentlich, wenn du mich fragst? So. Genau. Dann, sprich das einmal hier bei dir auf deine Haare drauf. Genau. Genau, genau, genau. Ein bisschen einwirken lassen. Einfach so. Genau. Und danach sind die eigentlich schon so gut wie frisch. Also. So. Gefällt dir unser Hintergrund? Den haben wir letztens neu dran gemacht. Ich finde, das passt wirklich supergut zu unserem Friseurstudium. Der ist in so einem schönen Rosé-Gold. Ja, ich finde den echt super. Aber, wir sind ja hier heute, um deine Haare zu schneiden. Deswegen, wie schon gesagt, das Shampoo soll dir jetzt gut eingewirkt haben. Und, genau, dann würde ich sagen, ähm, mit was schneide ich denn heute deine Haare? Also, ich glaube, ich glaube... Lass mich mal kurz überlegen, was benutzt man nochmal. Also, ich glaube für die Spitzen werde ich vielleicht das hier verwenden. Ich glaube, das ist dafür ganz gut geeignet, tatsächlich. Ja. Nein. Warum denn nicht? Hier steht doch, das ist für... Das ist für Hair. Für Hair. Also Haare. Warum sollte das denn nicht funktionieren? Wenn du meinst, also eine Schere... Okay, ich... Ich guck mal, ob ich eine Schere finden kann. Ähm, muss es denn eine besondere Schere sein? Oder... Geht auch hier so eine... Geht euch hier so eine Pastelschere? Ich glaube, die ist richtig gut. Ich glaube, die ist richtig gut. Nein. Welche denn dann? Ah, ich glaube, ich habe hier noch eine. Ähm... Oder soll ich so eine benutzen? Ich meine... Ich meine... Schere ist Schere eigentlich, ne? Also... Sollte jetzt kein großer Unterschied... da sein. Aber... Wenn du meinst, können wir gerne dann... ...die sie hier benutzen. Oder beide. So wie Edward mit den Scissorhands. Nein. Okay. Schade. Naja. So. Ähm... Sowas kommt als nächstes. Genau. Ich bürste erstmal deine Haare... ...ein bisschen durch. Schade. Ähm... Was hast du denn... ...eigentlich... ...eigentlich... So... So... Okay... 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 so and the other side so but hopefully I won't I'm not I'm not I'm not it's ok ok Ja, wie gesagt, dann schneide ich jetzt deine Haare und, genau. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal. Nur die Spitzen, oder? Ich muss aber sagen, du hast ein bisschen Spliss an den Enden. Deswegen würde ich vielleicht ein bisschen mehr abschneiden wollen. Also wirklich nur den Spliss, okay? Nur den Spliss. Weil ich möchte natürlich, dass du schöne, gesunde Haare hast, nachdem du hier rausgehst. Und du müsstest ein bisschen mehr ab als nur die Spitzen, okay? Okay? Ja, ja. Vertraue mir. Okay. Okay. Das ist super. Ja, so ein bisschen mehr. Auch noch ein Pony? Kein Pony? Sicher? Okay. So. Ich zeig dir mal kurz, wie viel abgekommen ist, okay? Gut. Also wie gesagt, ich hab das abgeschnitten, was auch wirklich, ja, schon kaputt war und das ist jetzt alles abgekommen. Weil, ich meine, du siehst ja, wie kaputt das ist. Das musste einfach ab. Oh nein, war das zu viel? Oh nein. Es tut mir leid, aber guck, das... Ja, aber jetzt siehst du besser aus. Das sind, also wenn man überlegt, das sind auch wirklich nur die Spitzen, weil... Naja, also... Das sind wirklich nur die Spitzen, komm. Guck mal, das bisschen Hafe, das... Das wächst ja so schnell wieder nach, also... Das sieht gut aus, glaub mir. Und dann können wir hier deine Spitzen... Schön spenden lassen. Für einen guten Zweck. Sehr gut. Okay. So, wenn du möchtest, kann ich dir jetzt noch, ähm... Ja, so ein Klettespray auftragen auf deine Haare. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das macht. Ich glaub, das macht die Haare so ein bisschen grausig und lockig. Ähm... Wir gucken einfach mal. Das kann nicht scheinen. Dann, sagen wir mal. So... Das war's für heute. So, und dann? Okay, so tut es nicht. Soll ich dir das einfach, wenn du magst, einfach hier aufmachen und dann direkt so auf die Haare kippen? Oder soll ich das sprühen? Wie du magst. Also ich würde, glaube ich, fast schon einfach das komplett auf deine Haare auskippen. Weil je mehr, desto besser. Und ja. Doch sprühen. Der Bund ist König, ne? Ja, dann. Ja, dann, ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. So. Gut, ich glaube, wir müssen die jetzt fast schon föhnen, weil die sind ziemlich nass geworden. Ein Moment. So. Ja, bitte ist ein super professional, genau. Föhnen. Ähm. Und damit werde ich dann deine Haare kurz trocknen. Okay. 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 Sehr gut. Okay. 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 Das war ihn. das ist ja das ist ja Okay, ich passe jetzt wieder. So. Gut, das hat er reichen, glaube ich. Und, ähm, ja, also wenn du magst, ich habe hier sonst auch noch Haarspray, wir könnten vielleicht ein bisschen Haarspray auftragen, ähm, welche von deinen Haaren sehen jetzt ein bisschen zerzaust aus, ich weiß nicht, ob das meine Schuld ist oder, ähm, ob es Haarspray, Haarspray rettet alles, glaub mir. Vor allem das Ultrastarke. Ich weiß gar nicht, wann wir das das letzte Mal benutzen haben, ich glaube vor sechs Jahren oder so, sollte aber eigentlich noch halten, gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Haarspray? Haarspray? Naja. Ich glaube, so viel kann da nicht passieren. Hier macht das wahrscheinlich auch nichts aus. Okay. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich bin fertig, also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Schritt vergessen habe. Ähm, ich hoffe natürlich, dass dir, ja, dieser mehr oder weniger Kurzhaarschnitt, es ist ja jetzt fast schon geworden, gefällt. Und falls ich dich nochmal frisieren soll, dann komm gerne vorbei, ähm, ich verspreche dir, dass es nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser wird, okay? Ich übe vorher nochmal. Gut. Dann, bis dann. Ciao, ciao.